Heyo Leute, willkommen zurück bei Minecraft. Zusammen mit dem Kegelgott und mit dem Josh. Hey. Ja, die beiden haben sich freiwillig zu späten Stunden nochmal erklärt mitzumachen. Freiwillig? Also ich hab zwungen. Das fängt immer wieder schön an. Ich versuch's auch immer zu verheimlichen, dass ich euch zwinge. Ja. Achso, ja dann natürlich freiwillig. Andere hatten leider keine Zeit. Ey, ich hab lange keine Rückfrage mehr bekommen, was mit Grants ist, wann der mal wiederkommt. Aber ich mein mal, hat man schon mehr als genug mitbekommen, dass er nicht so viel Zeit hat, aber... Schön, wenn das auch bei allen angekommen ist anscheinend. So, jetzt hab ich... Der ist Geld und Geld hat er wohl nicht. Na. Nö, er ist der Student. Er ist Partner. Er ist Partner, stimmt. Also auf jeden Fall bekommt er jetzt auch noch nicht. Ja, ähm... Was macht ihr eigentlich hier gerade eigentlich an den Projekten? Also keine Übersicht mehr, auch für die Leute, die hier jetzt... Projekte... Äh, also direkte Übersicht bei mir gibt's eigentlich gar nicht. Also ich bin jetzt gerade dabei, hier meinen Keller auszubauen. Mhm. Ähm... Hab jetzt hier, wie gesagt, auf der einen Seite ja was geplant, aber... So was Großartiges wird das jetzt auch nicht. Also nix Besonderes. Ist einfach nur für mich zum... Zum Angucken und zum... Ja, zum Liebhaben. Was weiß ich. Also nix Besonderes. Was mit dir, Josh? Wie sieht's aus? Ich verunstalte gerade deine Welt. Ja, das ist klar. Machst du wieder einen Tageberg oder... Äh... Ähm... Nur oberflächlich, nur oberflächlich. Und die Tagebergwerke sind eh überflächlich. Ja, aber nicht bis runter zum Bedrock, sondern hier nur fünf Ebenen. Scheiße. Achso. Bin ich mal gespannt, was ich dann später sehen kann. Was du da alles... Weshalb du so viel Stein ausbaust. Nee, diesmal nicht Stein. Achso, Erde. Zum Steinfarben mach ich noch was Besseres. Nein, auch keine Erde. Wasser. Sand, achso. Dann... Ja, Stein machst du dann automatische Steinabbau-Sache. Nee, nee. Was Besseres. Bin ich mal gespannt. Bei Josh kann man immer gespannt sein, weil da viel verspricht, aber es nicht immer klappt. So. Ich dachte gerade, du sagst, ja, er verspricht alles, aber hält nix. Nö, vieles kriegt er ja hin. Oder einiges kriegt er hin, aber nicht alles. So. Ich brauch Kohle. Wollen wir so wenig Kohle hier? Was im Ofen? Glas. Kohle brauchst du. Ich hab bei mir in der Kiste was drin. Ja, nee. Wir müssen doch eigentlich bei uns auch Kohle haben, oder? Ja, ich glaub im Lager haben wir auch noch Kohle. Ich will nur ein paar Fackern erstellen. War doch jetzt extra letzten sammeln. Ich will wohl nur ein bisschen Fackern holen, deswegen. Daran liegt's eher. Ach, übrigens, durch meine eigene Mine bin ich jetzt mit deiner Mine irgendwie zusammengekommen, Tobi. Oh Gott, Katzen. Mit meiner Mine? Welche meine Mine? Die ganz große. Ja, das ist, wenn du, ich hab mal so ne Karte erstellt mit unterirdisch und das alles. Da wird auch nur gezeigt, was beleuchtet bisher unterirdisch ist. Und da sieht das krank aus bei mir, wo wir unser Dorf aufgestellt haben. Da ist so viel unterirdische Gänge, das glaubt man gar nicht. Also. Schon ziemlich enorm. Kann ich ja das dann mal in der Aufnahme zeigen, damit das die Zuschauer auch mal sehen. Ja, ich guck mal. Oder du könntest mal wieder ein Bild auf Facebook posten. Ähm, ja. Die Sache ist dieses, das ist, ich hab nicht den Categraph genommen, den alten, sondern eher was Neueres. Und das ist dann halt kein JPEG-Datei, die er macht, sondern eher eine HTML-Datei. Die er aus mehreren, vielen kleinen JPEGs dann zusammenfügt, ganz komische Sache. Und war auch erstmal sehr irritiert, aber das ist auch eine riesen, schon eine riesige Map. Also das, was ich auf Facebook da hochgestellt habe, das ist ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, haben wir da schon, war das schon die 400er Folge oder die 350er Folge da? Ich weiß das gar nicht. 350, glaub ich. Denn die 350er Folge ist ja die hier, wo wir hier lang geträumt sind, zum ersten Mal. Wo ich bei Patrick at home war. Wo du mit Promillefaktor bei Grants aufgenommen hast, ja. Genau. So, okay, ich komm jetzt grad mal zu dir runter. Ha, ja. Ha, guten Tag. Freihundall auf dem Weg nach oben, aber naja, egal. So, ähm, Vorsicht, hier geht's ein bisschen steil runter. Heil Cäsar, meinetwegen. Hm, okay. Gut. Nicht wundern, ich hab das hier mal so ein bisschen dicht gemacht. Okay. So, folgen Sie mir mal bitte unauffällig. Ich, ich hab, bin schon mit Schwert bewaffnet. Ich auch, aber trotzdem. Man weiß ja nicht, was einem entgegenkommt. Richtig. Ah, da ist schon ein Slime. Ha. Ja, die Spawns blockiert ja einigermaßen gut so gut. Und der Schatz ja auch seinen eigenen Slime-Spawn-Area. Ach, das hätte ja eigentlich vorher nie aufgefallen. Was? Der Slime-Spawn-Dingens da. Man hat's immer nur gehört ab und zu mal. Das war die Sache. So, ich glaube, das war in diese Richtung. Ich hätte ja auch mal ein Gebiet, wo meine Slimes mal gespawned sind. Oder? Ja, das ist das Gebiet. Achso, das hast du ausgebaut. Scheiße, falsche Richtung. Und dann ist irgendwann mal das Server abgeschmiert und dann wurden die Chunks geändert und dann hab ich's wieder gefunden. Achso, versteh. Versteh. Scheiße. Ich weiß nicht, wo's lang geht. Peinlich. Ja, ich weiß. Ist aber nichts Neues. Ich bin gerade beim Essen erstmal. Oh, da oben hat er wenigstens Kohle freigesprengt. Ach, hier. Wo bist du denn? Hier, einfach hoch. Ich komm schon hoch. Please follow me. This line here, please. Ja, this line is very interesting. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Guck doch mal nach oben. Uhu. Autsch. Hast du gerade auf mich geschossen? Ja, ich hätte jetzt ein Skelett, aber ja. Wo? Da. Lass ihn in Ruhe. Das ist meiner. So, okay. Okay, dann gehen wir mal hoch. So. Ich folge dir. Jetzt einmal hier lang. So. Und guck mal, da drüben ist die Treppe, die du gebaut hast. Ah, stimmt, ja. Wo ich sogar den Schneebahn freigelassen habe. Da unten war der Schneebahnbereich. Das war sogar kurz vor der 400. Folge. Ja. Und wie gesagt, die Höhle, die habe ich jetzt soweit erstmal ausgeleuchtet. So weit, wie es ging. Okay, jetzt will ich mal gucken, was passiert, wenn man hier hoch geht. Die Treppe kenne ich gar nicht. Doch, die hast du gebaut. Die habe ich gebaut? Ja. Doch, stimmt, ja. Ja, 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 stimmt. Oh, Mann. Wir kommen jetzt in so einen Bereich, wo ich in den Sand schiebe. Wo war dieser hässliche Eingang hier nochmal? Äh. Oh. Hä? Ah, hier. Wo bist denn du jetzt? Ich bin gerade rausgegangen aus dem alten Gebiet. Achso, okay. Ich werde nur noch kurz den Zombie töten. Oh, zwei Enderboys. Oder einer. Wo? Da. Da. Komm schon. Oh, drei sogar. Cool. Cool. So, als würden die so gefährlich sein. Die sind bewaffnet. So, ich brauche Sand. Sehr keines Lindermans. So. Okay. Ich habe eigentlich gehofft, ein neues Projekt bei dir zu sehen, Kegel. Auf der Seite. Du, äh, du beleidigt. Das, nee. Weil du gesagt hast, du würdest es mal ausprobieren. Achso, äh, du meinst es ja, äh, das, das, das Linder-Dings. Ja, äh. Das Linder-SPC doch, der E-L-S. Ja, das auch. Ähm, ja, aber wie gesagt, letzten Tage hatte ich keine Zeit, irgendwie was aufzunehmen. Achso. Ach ja, stimmt ja, wegen der OP, wegen den Schmerzen. Genau. Deshalb, ich werde jetzt erst wieder was aufnehmen, wenn ich wieder gesundheitlich hundertprozentig auf dem Damm bin und dann wird es mit, ja, mit irgendeinem Projekt wird es dann weitergehen. Aber warum gibt es nur wenig Land? Ich wollte gerade fragen, Josh, was ist denn los? Sollte ich mich irgendwie verarschen. Was denn? Ja, stimmt. Ich bin irgendwo unter der Erde, ja, dann gehe ich kurz vorm Server, komme wieder auf den Server und stehe oben drüber. Aha, 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 ja. Ach toll. Der typische Minecraft-Bugs, ja. Das liegt nur an deinem Server, dein Server ist schlecht. Pff, daran kann ich nur sagen, ja, du hast den Server mit aufgestellt. Du hast immer noch nicht, äh, Mob Arena installiert. Nein, ich war letzte Woche ziemlich beschäftigt, deswegen war ich erst ziemlich spät immer bei der Aufnahme. Also letzte Woche, auch diese Woche habe ich noch einiges zu tun. Das kann ich aber nicht so öffentlich sagen. Das ist so mein Zombie. Das ist so eine Sache für sich. Äh, jetzt war noch ein bisschen Sand, aber so weit komme ich damit auch nicht. Zombie? Kannst du lauter Stöhnen gesehen? Ich höre es immer noch. Noch eins hören? Zombie? Hallo, Zombie. Oh, jetzt wird er mir in mein Ohr stöhnen. Schrecklich. Oh Gott. Sind die nah dran. Kennt ihr das, wenn die Viecher euch hier dort anstöhnen? Ihr wisst nicht ganz genau, wo die sind. Ja, das kenne ich auch. Sehr gut sogar. Ich glaube, Siebel wird dann wieder Parasim. Wo ist der gute Kerl eigentlich heute? Ich habe gefragt, ob er mitmachen will, aber er hat heute jetzt keine Lust. Achso. Wenn er keine Lust hat, meinetwegen, vielleicht macht er gerade ein paar andere Projekte für sich. Er nimmt ja auch auf. So liegt es ja nicht. Ich kann ja euch immer nicht ganz abgeschütteln. Lukas hat leider auch nicht geantwortet. Das hat mich ein bisschen, hm, schade. Wenn man schön gewesen wäre, wäre er immer wieder dabei gewesen. Und sonst, ja wie gesagt, Frank ist momentan ein bisschen müde. Wann ist Frank nicht müde? Naja, er hat es schon gestern angedeutet, dass das, wir hatten jetzt noch ein bisschen League of Legends gespielt, aber er hat es schon angedeutet, dass das heute wahrscheinlich nichts sein wird, weil, ähm, Gott. Aha. Warum habe ich zu wenig Wolle dabei? Was ist denn hier für ein Schwachsinn? Von was sprichst du? Von dieser Schaltung hier. Irgendwas stimmt es nicht. Hm. Schon eher. Ich sollte schon einmal darauf achten, dass es dunkel wird. Oh Gott. Ja. Was soll ich mal machen? Ich muss immer runtergehen. Ich brauche mal eine halbe Minute, oder das heißt halbe Minute, ich brauche eine halbe Folge. Ich muss immer runtergehen. Oh, gehen wir aus dem Weg. Ich muss nach Hause. Aber sowas von dringend. Also hier hat irgendwer wieder was weggesprengt. Sehr schön. Das freut mich immer. Oh. Ich habe Besuch. Das hier ist demnach unnötig. Autsch, 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 autsch. Oh mein Gott. Stirb du Heimchen. Danke. Wie das gerade sich angehört hat. So. So. Wer so sagt, hat noch nichts gemacht. War Josh? Mein Gott. Treppe, Treppe, Treppe. Aua, aua. So. Ist jemand zufällig in der Nähe von einem Bett? Naja, ich muss noch mal ganz runterlaufen. Nee, dann lass. Dann lass. Okay, Josh ist tot. Oh nein. Das Wasser war so nah. Ist er wieder mit Loren gespielt oder was? Seit wann habe ich daraus eine Todesfalle gemacht? Erklär es mir. Dort wo die Mobs reinfallen können oder was? Nee. Aus der Falle vor deinem Haus. Seit wann ich dir eine Todesfalle umgebaut habe. Bestimmt schon ziemlich schnell. Weil du mich bestimmt mal ärgern wolltest. Stimmt. Das kann sein. Was hast du dir so gefreut? Haha, wenn er da durchfällt und stirbt. Hahaha. Als würde er nicht auf genug sterben durch seine Unfähigkeiten. Obwohl, er kann ein Zombie auch hier drin verborgen sein. Ich brauche einen Schalter. Ohne Schalter geht das nicht. Gut. Oh. Ich sehe schon was. Oh, ich muss Redstone holen. Verdammt mich. Also Tobi, es wäre... Okay, ist egal. Ist egal. Dessen? Nee, nee. Ist egal. Ist egal. Auf einmal ist wieder alles egal. Wie soll ich das denn sympathieren? Sag es mal. Wo muss dieser Schalter hin? Ich bin einfach nicht gut genug. An. Leute, ich glaube fast 15 Minuten so frei. Oh Gott, Zombie. Wir sehen uns gleich beim nächsten Mal wieder. Oder ich gucke nochmal kurz. Ich würde mal aber trotzdem sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschö mit Ö. Tschüss.